Hallihallo, hier ist der Guzoa, wir spielen wieder auf unserem Zweitdorf und wir haben endlich die Juwelenmine fertig. Richtig nice. Also effektiv 2,1, also effektiv 2 Gems pro Tag, effektiv alle 5 Tage mindestens musst du reingucken, weil sonst hast du ein Problem. Passt, wir können sie noch nicht verbessern und dann ist es auch genau, nur 0,3 pro Tag besser, hält sie also im Rahmen. Aber, hey, wie gesagt, andere haben auch rumgeheult, oh ja, warum denn nur so wenig, hey, es ist etwas und fertig, ganz einfach, so sieht es aus. So, jetzt gucken wir mal, da, nee, den kriegen wir nicht weiter dichter ran, wir können aber noch was Loot, also beziehungsweise ja, Loot kriegen, aber da muss erstmal ein bisschen was vom Gold wieder verballert werden. Wir könnten hier 50.000 spenden, aber ich muss mal gerade gucken, ich würde eigentlich lieber auf die Kanone gehen. Okay, Moment, der würde noch ein bisschen sehr viel kosten, ja, ich, Tesla wird nicht gehen, doch, Tesla geht, Tesla nehmen wir, ganz klar, ganz klar, weil wir brauchen hier für den Angriff kein Gold, somit richtig schön loslegen. So, wir können jeweils immer Bomben, ja, ich denke, ich denke, uh, jo, passt, so, und dann geht es hier mal richtig los, cooles Ding da, die Giants sind gut, und dann, ja, genau, so muss das laufen, nice Shot, nice Shot, da ist die doppelte Kanone auch weg, und die Kanone wird hier nochmal ein schönes Risiko, aber ich denke, das sollte klappen. Ah, okay, ja, 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 oh, die Bomben machen natürlich gleich wieder alles hier komplett zum Minna, ne, schaffe ich nicht, aber 69% muss der andere erstmal knacken, alleine weil es auch zwei Sternchen sind, gucken wir mal. Er greift noch an, was aber nichts heißt, also, er kann ja auch auf ganzer Linie verkackt haben, glaube ich zwar nicht, aber sind wir mal ein bisschen gespannt. Yes, no, yes, no, okay, auch ein cooler Clan. Gucken wir mal nebenbei, was im Clan los ist. Oh, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Na, du, kommt. Sieg! Würde ich gerne sehen, wann. Ja, na, das ging garantiert. Da haben die sich gerade mal so das Town Hall gegriffen, gerade mal so, und dann wurden sie durch die Tesla zermürbt. Und jetzt mittlerweile ja auch durch die Luftabwehr, die hatte ich ja zuvor gar nicht. Guck mal hier, da, und jetzt war es das schon. Ah, die Tesla ist im Bau. Ja, 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 ja. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, aber, ja, wie gesagt, trotzdem ordentlich gelaufen. Und dann passt das. Das ist doch nice, das ist doch richtig nice. Bam, bam, bam. Und ich meine, klar, der eine Lucky ist trotzdem noch gefährlich. Klar, logisch. Aber das ist dann nichts im Gegensatz zu meinem Angriff. Ich meine, das schöne, brutale Raufhauen, das hat noch gut geklappt. Also, das klappt jetzt wieder. Im unteren Bereich magst du mit den Luckys richtig gut dabei sein, weil die halt alle noch nichts wirklich haben, so. Aber das reicht jetzt nicht mehr. Wieder mit Barbaren? Nee. Giants? Ja, genau das wollte ich haben. So wollte ich das haben. Die Giants verwendet dann die Barbs vor... Alter. Die Sprungfalle war... Also diese... Zack, zack, Liftfalle da. Die war nicht eingeplant. Das sieht scheiße aus. Nee. 20 Prozent, da habe ich richtig verkackt. Da brauche ich auch gar nicht Wetter machen. Da hat der Gegner definitiv bessere Karten. Dann lasst uns frohlockend weiterziehen. Wir können noch was forschen. Ja, klar. Hier soll doch weitergehen. Und dann, wie gesagt, habe ich die drei Stunden für Tesla. Ja, klar. Der hat Tau Noll Nieder gemetzelt. Passt auf jeden Fall. So, wir gehen wieder rein ins Hauptdorf. Und wir suchen natürlich jetzt nochmal ein bisschen Dunkles. Ja, Elix und Gold wäre hier schon ziemlich nett. Aber der Rest halt nicht. Und die Entfernung ist auf Single. Das ist halt das, was mich nicht so schön anzackt. Ich muss nochmal ein Lob aussprechen. Die Klickzahlen der Videos gehen wieder hoch. Das finde ich gut. Und viele haben geschrieben, oh hier, warum hast du nicht mehr Abos? Warum hast du nicht mehr Abos? Also jetzt auch in der letzten Zeit. Ich muss euch sagen, die Abos gehen hoch. Die Abos gehen hoch. Ich bin teilweise bei manchmal 20 am Tag. Und finde das mega geil. Also von daher, alles super. Ey, wirklich alles cool. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne Kumpels und Freunden und wie auch immer von mir erzählen. Logisch. Da wirkt der Letzte, der sagt, nee. Aber bin ich momentan echt zufrieden. Also hier, ich sehe es gerade in der Statistik. Letzten Monat 207 Abonnenten. Alles cool. Das läuft. Das ist ganz nett. Ja, cool. Den nehmen wir. Den nehmen wir ganz vorsichtig. Gehen wir da ran. Ohne Heiler, natürlich. Wir haben Queenwalk ohne Heiler. Dann müssen wir da gleich richtig schön zerfetzend rangehen. Und zwar müssen wir mit Barge clearen. Aber richtig schön sowas von. Und dann hier rein. Und dann halt hier wirklich schön clearn. Das war halt echt rein. Und dann zack. Na, immer noch warten, warten, warten. Ach komm, hier. Scheiß drauf. Und jetzt hier richtig schön rasieren. Rein. Hier gleich auch weiter. Rein, 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 rein. Und hier muss jetzt wirklich der Hase ziehen. Also wirklich. Das Ding muss ja. Oh, der hat eine fette CB. Der hat eine definitiv fette CB am Start. Die muss jetzt gefreezt werden. Weil die war ganz schön hart. Mit ganz schön vielen Magiern und sowas. Das ist nicht so lustig. So. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir hier außen noch klar machen. Weil, wie gesagt, bei den Truppen musst du dann halt gucken. Wie sieht's aus? Machst du das Beste draus irgendwo ganz genau. Hier schön den Loot direkt abgegriffen. This is how we do it. Und. Ich meine, die Truppen waren ja nur auch am Start. Ganz ehrlich. Das ist nun mal so. Aber wenn man halt doch komische Truppen hat. Beziehungsweise halt mit den Truppen sonst nicht so angreift. In der Konstellation kann das natürlich trotzdem total in die Fritten gehen. Wollen wir natürlich nicht. Hier gehen wir rein. Und dann gucken wir auch hier, dass wir hier dann noch dem Magiaturm hier eine auswischen. Zack. Das war vielleicht von hier aus mit dem King. Dass der sich nicht durch die Mauer kämpfen muss. Darum geht's mir einfach. Läuft. 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 Ganz genau. So möchten wir das haben. Schön auf Null gesetzt. Ganz genau. Passt. Dann haben wir jetzt noch 22.000, die wir brauchen für den King. Oh. Ja. Nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit. Definitiv. Dann sind wir da wieder schon ein bisschen weiter. Das ist cool. Also jetzt gucken wir mal, was wir haben. Ey. Wir können einen Queen Walk starten. Wir können einen Queen Walk starten. Und der muss nicht mal schlecht aussehen. Das ist doch cool. Das ist nice. Das ist richtig schön nice. Gleich ein Queen Walk hinterher. Ohne Queen. Neh. Hat die so gelitten? Ja. Die hat gelitten. Dann können wir den noch nicht starten. Das soll's dann sogar schon gewesen sein. Ich guck mal gerade. Ja klar. Warum das Ganze? So. Wir switchen mal wieder rum. Zu unserem kleinen Dorf. Und gehen mal nochmal angreifen. Ah. Ganz schön viele Fallen am Start garantiert. Ganz ehrlich. Hier gehe ich voll aufs Ganze. Ja. Passt. Und jetzt hier richtig hart weg. Einfach nur wegbäschen. Gucken mal, was wir kriegen. Weil mit den Riesen wäre es mir einfach zu tricky gewesen. Da muss man dann halt auch irgendwo mal gucken. Wo hat der Frosch seine Locken? Und wie kann ich die ihm rausziehen? Und äh. Ja. So ist das halt. Kriegen wir noch 50% hin? Wäre nice. Ne. Glaube ich nicht. Aber wir haben schon mal das Townhall. Und 44% mal gucken. Weil so easy zu knacken ist meine Base ja jetzt auch nicht mehr. Aber wir haben die Tesla gerade im Upgrade. Deswegen könnten wir da ganz schön auf den Sack bekommen. Sieg. Sehr geil. Oh. Möchte ich gucken. Hat erst falsch angestellt. Gucken wir. Bin ich gespannt. Ja genau. Die haben ja. Oh. Haben die kassiert. Digga. Haben die kassiert. Auf jeden Fall. Die Bogies sind ja so gut wie komplett platt. Und hier habe ich ja nochmal eine Falle. Na. Die lösen sie nicht aus. Okay. Passt. Ja. Hier. Das ist halt Triple Action. Klar. Ganz klar. Perfekt. Und. Los geht's. Die ist im Bau. Wo ist. Ah. Da ist der Bogieturm. Okay. Dann würde ich jetzt gerne gegen den Bogieturm gehen. Ja. Oh. Genau da. Ah. Okay. Schade. Aber jetzt Bogieturm weg. Ein Mann frei. Tesla sollte. Oh. Genau. Alter. Genau. Geht erst mal so hin. Genau. Tesla weg. Und Rathaus jetzt down kriegen. Rathaus ist down. Tesla ist jetzt weg. Aber mehr wird's nicht. 40%. Schade. Gucken wir. Ob's reicht. Sieg. Geil. Sehr geil. 14%. Oh. Krass. Stellen sie halt ein bisschen doof an. Wieder von oben. Ja klar. Bäm. Und die werden fliegen. Da. Guckt das euch an. Da ist noch eine. Genau. Passt. Ja geil. Ein Mann frei. Sehr geil. Ich würde gerne nochmal gucken. In meiner Base. Das ist gar nicht so verkehrt. Wenn man die hier so. Die Sachen so hinstellt. Dass die. Äh. Ja. Dass die das halt nicht richtig sehen. Ich guck mal gerade. Wie war das. Weil wenn die gerade in der Mache ist. Dann stelle ich die gerade mal hier hin. Dass man denkt hier. Oh. Hier passiert gar nichts. So. Das könnte was werden. Ich denke schon. Weil dann denkt da alle. Oh. Hier ist. Wer weiß was los. Yo. Das passt. Ich würde gerne nochmal angreifen. So. Ne. 14 Sekunden haben wir noch. Klar. Obwohl der Bonus ist schon durch. Ah. Der Bonus ist schon durch. Der baut noch drei Stunden. Und das Labor kann ich aber gleich wieder ansetzen. Dann sind nämlich die Bogies. Schon wieder besser. Sehr gut. Ah. Cool. Ey. Momentan ist ja. Ihr wisst das selber. Mann. Äh. Anfang Clash of Clans. Da denkt man auch. Wow. Wow. Da geht alle paar Sekunden was. Und dann zieht sich's halt irgendwann hin. So. Dann könnten wir jetzt 40.000 für die Giants ausgeben. Und die würde ich auch definitiv rauskloppen. Klar. Weil wir haben's. In dem Fall. Wir suchen. Sehr auseinandergerissene Base. Wo ich glaube ich mit Giants besser klarkommen würde. Schwierig aber sollte machbar sein. Ah ok. Tesla am Start. Giant. Der erste sollte gleich down sein. Ne. Oh der erste ist glaube ich gekillt worden. Bogenturm. Ja. Passt. 29%. Die Tesla könnte noch fallen. Na komm. Zack. Ja. Immerhin. 36%. Wird nicht reichen. Ich denke mal mein Townhall wird gefallen sein. Da. Ja. Berechtigt. Auf jeden Fall. Berechtigt. Das war nicht so clever angestellt. Das war's von mir. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Haut mal bitte rein. Bis dann. Bis dann.